Rederstinkt! Was macht Bzzz in der Ecke und macht Headshots? Der Heider! Rederstinkt! Rederstinkt! Was steht denn da mitten und macht groß Bumm und bringt einen Erster in Rage? Rederstrap! Und ein Geschütz! Ich glaube, wir verlangen das Selbstbeherrschung von Heider und von Bzzz, der Serpen Lautstrader. Aber ich glaube, das passt schon. Ach, fuck that shit. Mark and Fight is in action. Ach du Scheiße, bringt's Ecke in deinen Sicherheit. Geht nicht, die Kinder habe ich schon nix. Okay, dann bringt's Ecke in Sicherheit. Ich hab dich ja auch schon längst wurde. Äh, gekauft. Ja richtig, so dass der Typ gesagt nicht, dass ich ja verkauft hab. Der Heider arbeitet deine! Hm, aber immerhin haben wir schon 2 von 5 Waves completed. You have to wave, wurde, you have to wave. Ja, irgendwie ein paar Knöpfen. Das ist ein Werksegengott. Nein, Heider, das waren meine Kanade. Ich brauch die Kill, damit ich gestaft bleibe. Super, das heißt, ihr müsst die Gegner vor dir killen, das ist schwer. Hm. Ich habe gerade einen Guldat gekillt im Nachkampf, bevor er geraged hat. Hehehe. Das ist mein Heider. Der ist... Das ist überhaupt bösartig für Schaden, den ich gerade angerichtet hab. In Newform richtig verschwissen, Heider. Gibt's den auch wegkaut. Okay. So, verstehe. So, verstehe. Also diese ganze Säure und alles tropft da schon durch das Loch runter. Trotz ein Alien-Moment. Cool, Leute, du bist das Alien. Ach, sorry, wir kämpfen eh noch nicht genug. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh, das ist ja ein Gegner. Oh, Mann. Denk mal so, hm, davon hockt jemand. Das ist ja verkündet da. Irgendwann komm mal drauf. Oh, das ist ja ein Gegner. Das war nicht unbedingt einer von meinen besten Momente. Hell yeah! I can't believe you only... 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 You already killed me, bitches! Ha ha! I can't believe you only... Du hast gerade meinen Psyche weggekalt, ou, oder? Ja... Ha ha ha! Sooo... Mach ich schon mal der Feilzeit, ja? So kriegst Psyche's, bevor ich sie erwische! Ist das relativ anstrengend, oder was, nee? Ja. Ha 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 ha... Wie bei mir und... Eigentlich müsste ja alles so verstrahlt sein. Ja, aber massiv. Basta, was machst du da? Schaut irgendwie grad so aus, als wenn du dem Banditen anblasen würdest. Dann wär's okay. Tust doch! Ah! Irgendeiner muss es ja. Das ist verwirrender als ich gedacht hab. Vor allem, was ich dir grad so schlimmst vorstelle. Wieso war da grad mal Rode auf mir? Ja, was soll ich? So gute Frage. Hä? Bock von euch, wir haben hier aufklauben, Quatsch? Nope. Ja, bin unterwegs. Ich versteh. Lass da liegen den Sack! How about high? Was denn, ich hab derweil schon wieder irgendwelche schwache Waffen. Bis auf die, äh, SMG von einem Duster. Die ist stark. Ist doch wie wie so ein Duster fackt hat bei Waffen glaube ich. Wenn man einen Duster kriegt, sind sie stark. Ja, da war wieder irgendwo ein Verhuder Deathtrap. Ja, da war wieder irgendwo ein Verhuder Deathtrap. Ja, da war wieder irgendwo ein Verhuder Deathtrap. Ja, mein Deathtrap hat immerhin 34 Kills kommt schon. Nein, 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 nein. Servus! Die erste. Servus! Die zweite. Servus! Die dritte. Das war meine Ziele! So, mein Midget im Blau-Kampf geht. Keiner Proved? No. Abnüme. Pulle? Ja. Ja, ja. Ja, scheiße. Ich hab's versucht, Rieder, nur bin ich dann irgendwie einen Platz selbst rausgehoben. Ach so. Danke. Death Trap! Alle, da sind sie ja wieder. Alter, Heider, Genf! Kein Genf. Genf haben wir mal ordentlich an, Heider. Ja. EJ, willst du, dass du da rauf fahren könntest und runter schießt, oder? Wer ist denn ihr? Wer lebt denn überhaupt noch? Ach so. So, schon zwei Toten. Ja, weil so der Hure der Death Trap meinen verfickten Kill geklaut hat. Ich war's für nix. Ich hab ihm nur die Anwälsung gegeben und das Ziel. Aber ich war's für nix. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich wollte nicht halb im Dark auf spielen. Aber okay. Haben wir jetzt alles geschafft? Na, immer noch Gegner. Boah, schon wieder ist einer mit einer Minigern, Alkohliad. Ich habe ihn jetzt getuscht, hat er. Gekauft. Ich sehe Raketen. Hat die Rakete gerade in Kohlert? Ja, am Kopf getroffen. Ja, gut doch. Das Problem ist, dass du jetzt, dass du tot worden bist und jetzt von draußen rein trogst. Das ist irgendwie nicht ganz gut von mir. Das ist irgendwie nicht ganz gut von mir. Jetzt. Das ist unsichtbar. Jetzt bist du tot. Feiner. Ich nehme Psycho. Ich nehme Psycho. Mit dem Psycho. Jawohl, endlich geschafft. Juhu. Der ist nicht gestorben. Hm? Dust Rage in 3. Und wie fühlen sie sich jetzt, wo sie fett sind? Brrrr. Slag Hail. What? Ich muss einfach nur das Fücht genießen. What play thing can you offer me today? Hm. Nicht? Bei mir steht, sie sind herzlich eingeladen. Party vorbereitung. Befreit die Redchnell. Na, noch nicht. Wir müssen in... Da. Swordtooth Cauldron. Schagret Escape. Vergesst nicht, wir müssen den Fisch nachher aufklauben. Fisch? Ich hab die Teile schon gefunden, wo sie sind oder so. Hm? Fisch? Ja, der Beacon ist unten, wenn man bei den Leitern runter geht. Diese Platten über die Auber hängen. Im Adlernest, wie das heißt. Und der Fisch ist auf der anderen Seite von dem Gebiet weiter. Also im Epsom Castle. Das ist alles unterm... in diesem Buzzard Nest. Ah, okay. Run the fridge. Also, ja. Ja, weil wir da erst einen Teleporter haben, warte mal. Dann teleportier uns einmal da ume, ne? Aus, Rieder. Aus. Was? Schau auf diese Kanone. Links, rechts, links, fast. Was? Vergesst nicht, es gibt einen Badass-Rang, um uns innerhalb von einem nur das Schaft draufzukommen. Wo? Auf den Scheiß-Turm. Ich mach das schnell. Hey, ich komm. Auf das Buzzard Nest. Äh, kann man nicht einfach nur den Beacon machen? Das ist unser Buzzard Nest. Man muss rauf, um den Quest abzugeben. Ja gut, dann machen wir das einfach. Ja, schon die erste New York einschlagen. Oh, fuck. Nur schön, dass da auch ein totales Chaos ist, oder so. Nein. Ganz wenig, irgendwie. Na komm, Rieder. Schrauben wir den noch besser, sag mal. Nein. Das da, warum würdest du dir die ganze Zeit mit mir duellieren? Damit du deine Rieder nicht aufhebst. So, verstehe. Gauder zerlegt. Gauder zerlegt. Und da unten geht es jetzt, glaube ich, rein. Gauder. Wer ist denn Heida auf, Hule, schnell? Ich bin, ich bekomme bis rauf, keine Sorge. Hoffentlich. Sagst du mal so, Heida, den Lift, kannst du wiederholen, oder? Können wir den Liftchen wiederholen, Heida? Habts bekommen. Na, ich hab's nicht bekommen. Bin aber da für endlich in den Abwag flogen. Ich auch nicht. Ich glaub, das zählt nur für denjenigen, der es schafft. Ah! Servus, Sider. Du bist hässlich. Warum bist du gestorben? Granate im Lift. Ich stehe. Wie gesagt, der Picken ist unten. Aua. Bin dabei. Und Picken. Vergesst es nicht, ich muss doch den Fisch holen. Ja, mach das mal. Wir wissen, wie die Tode ist. Da ist eh das Zeichen. Ja, aber... Ja, dann lauf immer weiter. Bist du durch, Grat? Das toll ist. Ja, das tue ich auch schon, nebenbei. Ähm... Wie geht mit scharfem Enden? Guck mal. Guck mal. Über den scheiß Pieck in den Warten wieder. Wah, ich bin schon wieder. Oh Mann, die werden wieder sterben. Hule, was macht ihr da drüben? Die werden sterben. Hat den Fisch. Sehr schön. Ich bin wieder mal gestorben. Jetzt raus, schnell. Ich suche immer noch, dass ich mich gerade im Lift. Was? Da ist der Lift. Der Typ, der Mord er heißt. Sollte sich jemand Merse nennen. Hinter dir. Was, hinter mir ist eine Leiche? Guck mal, Loot! Guck mal, Loot, Guck mal, Loot. Warte, warte mal im Lift. Und lass meinen Death Prep machen. Ah, oder ich... Oder ich gehe in Heiler, äh, Rieder hochruhen. Oder nicht. Na dann, ab in Lift. Into the Lift, da. Könnte das natürlich voller Arsch sein. Du bist der Sieger, der noch Düft hat. Ja, ich habe das Düft-Zertifikat persönlich gefälscht. Das da? Ja. Das sieht immer noch extremst geil aus. Danke. Hier ist übrigens ein Swole-Symbol, ist hier unten, muss man auf die Träger springen. Und da gibt es noch eine Waffenkiste. Ja, dann. Kommst du jetzt damit? Ja. Ich dachte, das interessiert dich später. Du hast über Töten beschäftigt. Trida! Der Scheiß Raging Goliath immer noch. Ha, 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 ha. Du decapitatorst, E! Ich war so... Warum hat dein Helmet gesagt Zero? Oh, he was no Challenge. My skills have not been tested. I need something more. Oh, no, 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 no. There are some pretty dangerous bandit clans. No. The creatures around here are... No. Um, the... Der Bauch? Gehen. Äh, Alien-Puhr, Lutz-Danger. Eine wirkliche Herausforderung. Eine große Herausforderung. Interessant. Der Bauch. Meine Masterpiece. Challenge accepted. Ich glaube, ich denke, dass dieser Jahrzehnte sehr gut wird. Ich muss aber keinen Heiko raus. Ich werde den Bauch ausprobieren. Das ist übrigens wegen dem Buzzard. So. Jetzt hat mein Ding uns Mist gemacht. Jawohl. Jetzt haben wir nur noch Orchasm. Ah, das ist wieder Arena, oder? Hyperion's Circle of Slaughter. Naja, das ist schon wieder Arena-Mission. Das heißt, ob zu Sanctuary Mission abgeben, dann gehen wir als erstes in die Mission. Ihr wisst, dass... Übrigens, warum durch uns wartet? Warte mal. Warte mal. Der ist gerade von einem Container erschlagen worden. Was? Der Typ, wo wir die Quest aufgeben haben, der fangt zu brüllen und wap. Container drauf. Tot. Kommt her, Leute. Kommt her. Was denn? Kommt her, kommt her. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, ich bin unterwegs. On the way. Was denn? Warte, 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 warte. Was ist los? Warte noch. Was denn? Boogt! Bist du doch weit runter gesprungen? Ne, doch. Ja, ich bin ziemlich gut. Evvys Camp Bitte? Wann ist es für zwei Sachen? Wessen Camp war das hier? Evvys Camp Was heißt Willkommen Reader? Was waren die Artefakte? Artefakt? Ja! Der Reader looted ohne dass er sich's anschaut Ich hab besser Schildfähigkeit plus auch Und das zweite? Was? Das waren zwei Das zweite war Eridium Nein, das waren zwei Reader Du kannst den Heider nicht umstimmen Von der Artefakt Was da? Wohle? Nein Ich war's von nicht Die war's nicht immer wovon ihr Reader Warte, warte, wie hat's Leg Hale bekommen? Nein Kurs 150% Critical Damage 300 Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Rapper Sag mal so, ich teleportier uns jetzt mal noch sagen Und nun deine einzige Bedingung Du singst eine Rape song No No, I don't want to Das ist das Spirit Mann Warte mal Warte mal Ich hab doch einen Weg gefunden mit diesem, wo da hingeht Na Wösch Träger, Wösch Träger Wösch Träger Okay, voll zu erledigt Ich will was töten gerade Nein Jetzt warte halt Boah, eh, dann war fertig Ich schaue ich Bist den nächsten Teil Leute Servus Aaaaaaah!